Herzlich willkommen zum Wissensbaustein Stakeholder-Analyse. Mein Name ist Matthias Matlachowski und ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen der Deutschen Akademie für Management. Als Stakeholder, was die englische Bezeichnung für Teilhaber ist, werden Personen oder Gruppen bezeichnet, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder dem Ergebnis eines Prozesses oder eines Projektes haben. Dabei sind die Anspruchsgruppen alle internen und externen Personengruppen, die von den unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in Zukunft direkt oder indirekt betroffen sind. Gemäß dem Stakeholder-Ansatz wird zusätzlich zu den Eigentümern, das sind also nicht die Stakeholder, sondern die Shareholder, wird also den Stakeholdern zusätzlich zu den Eigentümern das Recht zugesprochen, ihre Interessen gegenüber der Unternehmung geltend zu machen. Eine erfolgreiche Unternehmensführung muss also die Interessen aller Anspruchsgruppen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Hierauf aufbauend ist eine Stakeholder-Analyse definiert als Analyse des Umfelds einer Einheit oder Organisation nach verschiedenen klar vorgegebenen Kriterien. Die Stakeholder-Analyse wird im strategischen Management, im Marketing, im Finanzmanagement und so weiter gezielt eingesetzt und hat dabei verschiedene Schwerpunkte. Besonders von Bedeutung ist eine Stakeholder-Analyse für Projekte beispielsweise und andere außergewöhnliche Vorhaben. Interessant aber auch ist eine Stakeholder-Analyse im laufenden Betrieb beispielsweise zur Veranschaulichung der verschiedenen Interessenten an die eigene Tätigkeit oder Leistung. Bei der praktischen Anwendung einer Stakeholder-Analyse ist es wichtig, sich zunächst nach klaren Kriterien Gedanken zu machen über die Stakeholder. Dies kann beispielsweise anhand von drei zentralen Fragestellungen passieren. Zum einen ist es sehr wichtig, welche Einstellung ein Stakeholder gegenüber dem Projekt hat. Welche Erwartung hat der Stakeholder dem Projekt oder dem Unternehmen gegenüber und wie groß ist sein individueller Einfluss gegenüber dem Unternehmen oder dem Projekt. Meist wird daraufhin das Ergebnis für die einzelnen Stakeholder, für die Erwartung, die Einstellung und den Einfluss in einer tabellarischen Darstellung festgehalten. Auf den ersten Blick komplizierter stellt sich die Stakeholder-Analyse in einem Koordinatensystem dar. Sie sehen hier unterteilt nach Macht und Einfluss bzw. auf der zweiten Achse nach der Betroffenheit dargestellt in vier Kategorien die einzelnen Stakeholder. Und dabei wird deutlich, dass zum einen mit einem sehr hohen Einfluss und einer hohen Betroffenheit die Aktivisten definiert sind. Dem gegenüber die Statisten mit einem geringen Einfluss und einer geringen Betroffenheit. Die beiden anderen Pole sind die Streithälte mit einer hohen Betroffenheit aber wenig Einfluss bzw. Hintermänner mit hohem Einfluss aber geringer Betroffenheit. Auch bildlich lässt sich eine Stakeholder-Analyse darstellen. Dies wirkt auf den ersten Blick vermutlich nicht besonders strukturiert und gegliedert, verdeutlicht aber dagegen sehr visuell anschaulich den Einfluss, die Betroffenheit und auch die Erwartung dem Projekt gegenüber. Sie sehen hier beispielsweise anhand von Smilies abgebildet die Einstellung dem Projekt gegenüber. Sie können erkennen an dieser bildlichen Darstellung die Größe des Einflusses dem Projekt gegenüber. Sie sehen das an der Stärke des Pfeils und Sie sehen besondere Hinweise wie Konflikte, die zu erwarten sind oder wenn Erwartungen nicht bekannt sind, so hier durch ein Fragezeichen symbolisiert. Eine Stakeholder-Analyse ist also von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, die Interessen ganz unterschiedlicher Gruppierungen zu erkennen, zu analysieren und eben auch in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. So ergibt sich strukturiert die Möglichkeit, Stakeholder auch in einen entsprechenden kontinuierlichen Kommunikationsprozess einzubinden und zu integrieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass eine Stakeholder-Analyse auch immer nur eine Momentaufnahme darstellt und von daher regelmäßig aktualisiert und wiederholt werden muss. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse an diesem Wissensbaustein, auch im Namen der Deutschen Akademie für Management und wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Matthias Matlachowski Betracht deadlines Prof. Stakeholder Prof. Vielen Dank.